Apostelgeschichte 15, Vers 11 Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene. Die Bibel macht deutlich, dass Glaube schon immer Voraussetzung für die Erlösung war. Die Bibel macht ebenso deutlich, dass Glaube allein nicht immer Voraussetzung für die Erlösung war. Und ein herzliches Willkommen zurück, geliebten Geschwistern. Lass uns wieder im Geiste wandeln, als wir studieren das Wort Gottes. In diesem Video werden wir heute die Apostelgeschichte anschauen, Zweck und Bedeutung. Die Lehre von der Erlösung allein durch den Glauben begann mit der Offenbarung des verherrlichen Herrn Jesus an den Apostel Paulus. Ziel dieses Studier ist es, diese Wahrheit zu erläutern. Apostelgeschichte 15 ist Lukas' Bericht über das Konzil von Jerusalem im Jahr 51 nach Christus. Dieses Konzil fand statt, weil es zwischen Paulus und den Juden in Jerusalem zum Konflikten über Paulus' Evangelium der Gnade kam. Diese Tatsache erfahren wir in allerersten Vers von Apostelgeschichte 15. So, Apostelgeschichte 15, das war die Beratung in Jerusalem über das Verhältnis zu den Heidenchristen. Vers 1 Die Lehren dieser Juden aus Judäa standen in Widerspruch zu dem, was Paulus lehrte. Die Juden aus Jerusalem gingen zu den Bekehrten von Paulus und sagten ihnen, sie seien nicht gerettet. Sie lehrten, Paulus' Evangelium sei insoweit gut, aber nicht ausreichend. Sie lehrten, man könnte nicht gerettet werden, indem man allein an Paulus' Evangelium glaube. Um gerettet zu werden, müsste man sich beschneiden lassen und das museische Gesetz befolgen. Lukas berichtete über die dadurch verursachte Zwietracht. Apostelgeschichte 15, 2 Da nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihm hatten, bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. Die Führer aus Jerusalem bereiteten denen, die durch Paulus' Dienst gerettet wurden, ein gewaltiges Problem. Man stelle sich die Verwirrung vor. Daraufhin willigte Paulus mit den anderen ein, nach Jerusalem zu gehen, um diese Angelegenheit zu klären. Galater 2, 1 Darauf, nach 14 Jahren, sog ich wieder hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Während die Kirche wünschte, dass Paulus nach Jerusalem ginge, erklärte Paulus, der Herr selbst habe ihm offenbart, dass er gehen soll. Galater 2, 2 Nachdem Paulus und seine Gefährten angekommen waren, legen die Juden ihre Position kurz und bündig dar. Apostelgeschichte 15, 5 So, nehmen wir es bei 3 auf. So durchzogen sie nun als Abgeordnete der Gemeinde von Nizien und Samaria, in denen sie von der Bekehrung der Heiden erzählten und allen Brüdern große Freude bereiteten. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Ältesten empfangen und berichteten alles, was Gott mit ihnen gewirkt hatte. Vers 5 Die Verse 1 und 5, die Apostelgeschichte 15, offenbaren, worum es geht. Diejenigen, die Paulus widersetzen, waren Gläubige, sie waren gerettet, sie waren Juden, die an das Evangelium des Königreichs geglaubt hatten. Dass Jesus der Messias der Sohn Gottes war, Matthäus 16, 13 durch 16, Johannes 11, 25 durch 27 und Apostelgeschichte 8, 35 durch 38. Ihre Position war, dass die nichtjüdischen Konvertierten des Paulus nicht dadurch gerettet wurden, dass sie an das Evangelium des Paulus glaubten. Die Erlösung erforderte auch die Beschneidung und die Einhaltung des musäischen Gesetzes. Paulus erklärte den Hohen Rat sein Evangelium in Galater 2, 2 können wir das sehen. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, warum Paulus sein Evangelium erklären müsste, kannten sie es nicht? Die Antwort ist, sie wussten schon, was Paulus lehrte, daher die Konflikt. Aber sie verstanden sein Evangelium nicht und warum Paulus lehrte, was er lehrte. Anders als die Zwölf, die ihr Evangelium von Johannes der Täufer und Jesus während sein irdischen Wirkens erhielten, empfing Paulus sein Evangelium direkt von auferstandenen, verherrlichten Herren. Paulus schrieb den Galatern. Galater 1, 11 und 12 Ich lasse euch aber wissen, Bruder, dass das von mir verkündete Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Paulus hatte wenig Kontakt mit den Zwölf, Galater 1, 15 durch 23 und Galater 2, 1 sehen wir das. Statt nach seiner Erlösung nach Jerusalem zurückzukehren, ging er nach Arabien und kehrte dann nach Damaskus zurück, Galater 1, 17. Nachdem drei Jahre vergangen waren, die Paulus wahrscheinlich größtenteils in Arabien verbracht hatte, besuchte er Jerusalem. Dort blieb er 15 Tage bei Petrus, doch sonst sah er keinen der Zwölf. Die einzige andere Person, die er sah, war Jakobus, der Heilbruder des Herrn, Galater 1, 15 durch 19. Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefühl, sein Sohn in mir zu offenbaren, damit ich durch das Evangelium unter den Heiden verkündete, ging ich sogleich mit dem Fleisch und Blut zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf nach drei Jahren zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Ich sah aber keinen der anderen Apostel, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Paulus erklärte ausdrücklich, dass die Leute in Judäa ihn nicht kannten. Das Evangelium, das die Leute in Judäa predigten, war das Evangelium des Reiches, nicht das Evangelium der Gnade Gottes, das Paulus predigte. Das Evangelium des Reiches war das Evangelium, das während Jesus' irdischen Wirken verkündet wurde. Es begann mit Johannes den Täufer und Jesus setzte es während sein irdischen Wirkens fort. Das Evangelium des Reiches konzentrierte sich auf die Identität christlich, nämlich dass Jesus der Messias der Sohn Gottes war. Petrus predigte es auch nach der Auferstehung des Herrn. In Apostelgeschichte 2, 29 durch 39, Kapitel 3, 12 durch 26. Das Evangelium des Reiches umfasste Büße, den Glauben, dass Jesus der Messias ist, die Taufe und das Halten des musäischen Gesetzes. Durch dieses Evangelium wurden Petrus und Martha gerettet. Auch Paulus wurde durch dieses Evangelium gerettet. Das ist klar, denn es war das Evangelium, das Paulus ursprünglich in den Synagogen predigte. Apostelgeschichte 9, 20. So, Apostelgeschichte 9, Saulus in Damaskus und Jerusalem, nehmen wir es bei 19 auf. Später, höchstwahrscheinlich als Paulus in Arabien war, offenbarte der aufgestiegene Christus das herrliche Evangelium der Gnade und übergab es ihm. Das Paulus-Evangelium besagt, dass Christus vor unserer Sünden starb und von den Toten auferstand. 1. Korinther 15, 1 durch 4. Es war dieses Evangelium, das Paulus vor den Juden auf dem Konsil in Jerusalem verteidigte. Und hier ist er, unser Evangelium, das Evangelium der Gnade, das Paulus-Evangelium. 1. Korinther 15, 1 durch 4. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht. 2. Durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an den Wort festhaltet, das ich euch verkündet habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. 3. Denn ich habe euch sei allererst das überliefert, was ich auch im Fang habe, nämlich, dass Christus vor unserer Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Paulus betonte, dass sein Evangelium ein Evangelium für die Heiden war, weil die auferstandene Christus ihn zum Apostel der Heiden ernannt hatte. Apostelgeschichte 9, 15, Römer 11, 13, Epheser 3, 1 und 4, 1. Apostelgeschichte 9, 15 Aber der Herr sprach zu ihm, Geh hin, denn dieser ist mir ein außerwertes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor den Kindern Israel zu tragen. Römer 11, 13 Denn zu euch, den Heiden, rede ich, weil ich Apostel der Heiden bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren. Epheser 3, 1 Deshalb bin ich Paulus, der gebundene Christi Jesu, für euch die Heiden. Paulus' Dienst stand im krassen Gegensatz zu dem Dienst der Zwölf. Der Zwölf waren Aposteln Israels, der Juden, nicht der Heiden. Dieser klärt Petrus großer Abneigung, selbst auf direkten Befehl des Herrn in das Haus Cornelius zu gehen, insbesondere in Apostelgeschichte 10, 28 und 11, 1 durch 17. Apostelgeschichte 10, nimm es bei 26 auf. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, Steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und während er sich mit ihm unterredete, ging er hinein und fand viele versammelt. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich mit ihm zu nähern. Doch mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Als Folge von Paulus' Aussage vor dem Konzil erkannten die Zwölf, dass Paulus' Evangelium sich von den Evangelium unterschied, dass sie predigten und stimmten formell zu, dass er zu den Heiden und sie zu den Juden gehen würden. Galater 2, 7 durch 9. So, Galater 2, nimm es bei 6 auf. Von denen aber, die etwas gelten, was sie früher waren, ist mir gleich. Gott achtet das Ansehen der Personen nicht. Mir haben diese Angesehenen nichts weiter auferlegt, sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass ich mit den Evangelien an die Unbeschnittenen betraut bin, gleich wie Petrus mit denen an der Beschneidung. Denn der, welcher Petrus kräftig wirkte zum Aposteldienst unter der Beschneidung, der wirkte auch in mir kräftig für die Heiden. Und als der Gnade der Erkannten, die mir gegeben ist, reichen Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas der Hand, der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung wirken. Die Lehre, die Paulus von auferstandener Christus Empfang hatte, war, dass die Gläubigen seines Evangeliums nicht dem museischen Gesetz unterlagen. Römer 6, 4 Dies war Paulus zentrale These in seinem Brief an die Galater. Römer 6, Vers 14 Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. In Bezug auf die Beschneidung war Abraham Paulus Testfall. Abraham wurde von Gott ohne Beschneidung gerechtfertigt. Römer 4, 10 Vergleichen wir auch Galater 5, 2 und 3 Römer 4, nimm mal Kontext, Vers 7 Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, den den Herr die Sünde nicht anrechnet. Gilt nun diese Seligpreisung den Beschnittenen oder Unbeschnittenen? Wir sagen ja, dass Abraham, der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet worden ist. Wie wurde er ihnen nun angerechnet, als er beschnitten oder als er noch unbeschnitten war? Nicht, dass er beschnitten, sondern als er noch unbeschnitten war. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschrapp spannen. Sehe ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lässt, wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Paulus' Erfahrung mit den Juden beim Jerusalemer Konsil bietet besondere Einblicke in der Grunde, warum er das schrieb, was er in den Briefen an die Römer und die Galater schrieb. Eine der interessanten Tatsachen, die beim Konsil von Jerusalem zu betrachten sind, ist, dass Petrus nicht das Sagen hatte. Petrus war auf den Status eines verherrlichen Zuschauers reduziert worden. Jakobus, der Heilbrüder von Jesus, nicht Jakobus, der Brüder von Johannes, führte das Sagen. Jakobus war keiner der Zwölf. Er hatte angefangen, an Jesus zu glauben, nachdem dieser von den Toten auferstanden war. Allein daran erkennen wir, wie Gottes Programm für das Reich Gottes in Wanken geraten war. Paulus muss diese Tatsache sicherlich zur Kenntnis genommen haben und begriffen haben, dass sich Gottes Plan mit Israel aufgrund des Unglaubens der Juden geändert hatte. Aus diesem Grund war er von der Rüfte Juden in Jerusalem, zu denen auch die Zwölf gehörten, nicht beeindruckt. Er stellte fest, dass sie dem, was Gott ihnen gegeben hatte, nichts hinzufügen konnten. Daher schrieb Paulus in Galater 2, So, Galater 2, nimm es bei 6 auf, von denen aber, die etwas gelten, was sie früher waren, ist mir gleich. Gott achtet das Ansehen der Personen nicht. Mir haben diese Angesehenen nichts weiter auferlegt, sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass ich mit den Evangelien an die Unbeschnittenen betraut bin, gleich wie Petrus mit denen an der Beschneidung. Denn der, welcher Petrus kräftig wirkte zum Aposteldienst unter der Beschneidung, der wirkte auch in mir kräftig für die Heiden. Und als der Gnade der Erkannten, die mir gegeben ist, reichen Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas der Hand, der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung wirken. Petrus kannte Paulus Zeugnis von seinem Besuch in Jerusalem vor 14 Jahren, aber Petrus verstand offensichtlich nicht die Bedeutung. Inzwischen waren 14 Jahre vergangen. Während dieser Zeit hatten die Juden den König Jesus und das Königreich weiterhin abgelehnt. Aber die Heiden hatten auf Paulus Evangelium reagiert. Paulus Verteidigung und Argument, dass die Heiden nicht dem musäischen Gesetz unterlegen, stimmten mit Petrus einige Erfahrungen mit Heiden überein. Daher erklärte er in Apostelgeschichte 15, 10 zu Apostelgeschichte 15, Petrus spricht, Vers 10 und 11. Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, in dem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger liegt, das weder unser Väter noch wir tragen könnten? Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene. Petrus verstand, dass Israel das Gesetz nicht befolgt hatte. Das Gesetz war ein schweres Joch. Er erklärte, dass es Gott auf die Probe stelle, wenn man Paulus seinen Konvertierten ein solcher Forderung unterwarf. Es ist schwer zu verstehen, wie revolutionär Petrus Aussage für seine Zuhörer, die Juden, war. Gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene? Gott hatte sich schon 2000 Jahre lang mit Israel befasst. Mit der Berüfung Abrahams begann er den Plan für die Erschaffung der Nation Israel. Nach 500 Jahren gab Gott Moses das Gesetz. Das Gesetz bestimmte das jüdische Leben 1500 Jahre lang. 1500 Jahre sind eine lange Zeit. Die Pilger landeten vor 400 Jahren am Plymouth Rock. Das scheint lange her zu sein, aber es ist nichts im Vergleich dazu, wie lange die Juden unter dem mosaischen Gesetz gelebt hatten. Zwei wesentliche Punkte waren in der Erklärung des Petrus auf dem Konzil enthalten. Petrus erkannte, dass Gott Paulus auf eine neue und andere Weise gebrauchte. Er hatte seine eigene Erfahrung, die ihm als Orientierung diente. Petrus hat sich geweigert, Cornelius aufzusuchen, aber das Ergebnis seines Besuches war, dass Cornelius und sein Haus gerettet worden waren. Sie hatten den heiligen Geist fangen genau wie die Juden zum Pfingsten, aber sie waren nie beschnitten oder dem mosaischen Gesetz unterworfen worden. Gott hatte in seiner Voraussicht Paulus zukünftige Schwierigkeiten vorhergesehen und Petrus eine Erfahrung beschert, die ihm vier Jahre später dazu dienen sollte, Paulus sogar zu verteidigen. 2000 Jahre lang könnten die Heiden nur als Juden errettet werden, und Proselyten. Gott sonderte Israel von den anderen Völkern ab und erklärte sie zu etwas Besonderen als die Kinder Israels. Wie steht in 2. Mose 19, 5 und 6 und 5. Mose 32, 8. So, 2. Mose 19, 5 und 6. Wenn ihr nun wirklich meine Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und mein Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir, Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern wehn, die Kindern Israel sagen sollst. Mose 32, 8. Als der Allerhöchste den Heiden ihr Erbe austeilte, als er die Menschenkinder vorn ananders schied, da setzte er die Grenzen der Völker fest, nach der Zahl der wehn, der Kinder Israel. Denn das Teil des Herrn ist sein Volk, Jakob ist das Los seines Erbteils. Wenn die Heiden gesegnet werden wollten, müssten sie durch Israel gesegnet werden. Es gab kein anderer Weg. Gott hatte diese Regelung mit dem Bund Abraham festgelegt. 1. Mose 12, 1 durch 3. Der Herr aber hat es zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus dein Land und aus dein Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir soll gesegnet werden alle Geschlechter auf die Erde. Mit der Erklärung des Petrus gerettet werden auf gleiche Weise wie jene Apostelgeschichte 15, 11 wurde diese Anforderung formell aufgehoben. Von nun an müssten die Jüden als Heiden gerettet werden. Das heißt, Juden müssten von nun an durch das Evangelium des Paulus gerettet werden. 1. Korinther 15, 1 durch 4 und nicht mehr durch das Evangelium des Königreichs. Die Bedeutung dieser Aussage war überwältigend, aber sie erklärten auch die starken Worte des Paulus an Nikolata 1, 6 durch 9, die er nach der Kürzeo von Jerusalem geschrieben hatte. 1. Warnung vor ein anderer Evangelium. Der 6. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lässt von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Während es doch kein anderes gibt, nun sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel von Himmel euch irgendetwas anderes Evangelium verkünden wurden als das, was wir euch verkündet haben, der sei Anathema, verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes Evangelium verkündet als das, welches ihr empfangen habt, der sei Anathema, verflucht. Werde ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe oder suche ich die Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Von diesem Zeitpunkt an war nur noch Paulus Evangelium gültig. Das Evangelium des Königreichs, das unter Johannes den Täufer begonnen hatte, das Jesus predigte, das Petrus zu Pfingsten predigte und das die Juden von Jerusalem weiterhin predigten, hörte erst mal auf. Nachdem wir entrückt sind, wird das Evangelium vom Königreich während der Drangsaal noch einmal auf der ganzen Welt als Zeugnis für alle Heidenvölker, die zurückgelassen wurden, gepredigt, weil sie nicht geglaubt haben, verkündet, weil das Königreich ist wieder nah. Jetzt, während des Kirchenzeiteilters, ist für Juden und Heiden nur das Paulus Evangelium gültig, dass Christus vor unserer Sünden gestorben und von den Toten auferstanden ist. 1. Korinther 15 1 durch 4 Dies ist heute das einzige rettende Evangelium. Jedes andere Evangelium als das, das Paulus predigte, steht unter Gottes Fluch. So ist die Erlösung allein durch Glauben, Glaube plus nichts. Dieses Evangelium, das Paulus während seinem gesamten Dienst gepredigt hatte, wurde auf die Konzil von Jerusalem für Juden und Heiden formell eingeführt. Es ist bemerkenswert, dass die Zwölf Jakobus und den übrigen Gläubigen in Jerusalem Büße und Taufe nicht mehr erwähnten. Das war doch der Kern des Evangeliums des Königreichs, das mit Johannes den Täufer begann. Die Juden wurden doch gesagt, sie sollen Büße tun, an das Evangelium glauben und sich taufen lassen, denn das Königreich war in der Person des Königs nah. Das war doch das Evangelium, das Petrus zu Pfingsten verkündete, Apostelgeschichte 2, 36 durch 38, aber auf dem Konzil werden nur Beschneidung und Einhaltung des Gesetzes erwähnt. Der letzte Punkt in Bezug auf die Entscheidung des Konzils ist, dass alle Briefe von Paulus aus der Zeit nach dem Konzil stammen. Paulus schrieb vor dieser Zeit keine Briefe. Nachdem das Evangelium des Paulus als einziger Weg zur Erlösung etabliert war, konnte Paulus alle anderen Lehren offenlegen, die der Herr ihm offenbart hatte. Mit anderen Worten, alle christlichen Lehren, die auf den Leib Christi anzuwenden sind, stammen aus den Briefen des Paulus und stammen aus der Zeit nach dem Beschluss des Konzils von Jerusalem. Die Apostelgeschichte ist ein Übergangsbuch und sollte eher aus der Perspektive der Erklärung als der Lehrer betrachtet werden. Lukas schrieb die Apostelgeschichte, um den Juden zu erklären, warum das Reich Gottes nicht auf die Erde kam.